In diesem Video werden die meistbesuchten Webseiten gezeigt. Also, hier sehen wir ja gerade Google.de, das wird 600 Millionen mal aufgerufen, also schon sehr, sehr, sehr oft. Also, was ist auf Platz 1? Wahrscheinlich eben eine US-amerikanische Webseite, .com-mäßiger und nicht .de. Ah, Twitch? Oha, Twitch, Maschallah, sehr, sehr nice. Ähm, was ist auf Platz 1? Microsoft? Wer geht auf die Microsoft-Webseite? Niemand. Discord, auch geil. Okay, was auf Platz 1? Bitte nicht irgendwas, was ein bisschen sass ist. Äh, Netflix auch? Ja, gut, verstehe ich. Zoom? Ja, wegen Corona halt, verstehe ich. Oh ja, moin, Digga. WhatsApp auf Big. Oh ja, jetzt kommen sie. Was? Die sind aus Kanada? X-Videos? Yahoo? Was? Aber die werden schon viele aufgerufen, Digga, ich sag's ehrlich. Wikipedia auch sehr, sehr groß. Was ist auf Platz 1, Digga? Facebook und YouTube? Oder einfach Google.com wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich.